Spex tat es, MC René tat es, unsere Freestyle-Helden, David P. tat es, Spontan tat es, die Bahnart ist, ich sag's, die alle kommen und gehen, der Clan tat es, Curse tat es, die Stiebers und Cora, RG, STF, als La Familia groß war, Dortmund, True Strong, der lange mit dem Real Deal, Kreuzfeld, Jakob, ABS, Dieke, GBZ Specialist, du weißt einen Scheißdreck von Hip-Hop, wenn du nicht weißt, wer Harris ist, jeder wusste es gleich, Sam wird die Zukunft sein, Dandemann war nice, mit dem Endos Doppelrein, 5 Sterne Deluxe, Hamburgs alte Schule, Ferris war der Freak, Beginner brachten Babule, Koppricker, die massiven Freundeskreis, Afro, Parallel Berliner, Underground, Basport, Deutschland, was geht da, Hip-Hop, was geht da, habt ihr Bock, ja klar, könnt ihr stürmen jetzt die Charts, macht euch locker, dieser Sound hat euch vom Rocker, sowas habt ihr nie gesehen, sowas machen Hip-Hopper, Deutschland, was geht da, Hip-Hop, was geht da, packt ihr Bock, ja klar, könnt ihr stürmen jetzt die Charts, macht euch locker, dieser Sound hat euch vom Rocker, sowas habt ihr nie gesehen, sowas machen Hip-Hopper, Hip-Hop, Hip-Hop, wir hörten aus Frankfurts Home, Asad schwamm mit seinem ersten Album gegen den Strom, Walking Lodge, DCS und Main-Konzert, Savas rappte sich 2000 hoch zum King of Rap, Optik, das beste Team der Geschichte, Savas, Echo, Valeska und Mel, sie schrieben Geschichte, Deutschland war gechillt, aber Berlin wollte mehr, es wurde aggro, Sido, Bushido, Beat, Hight und Flair, Thema Hurensohn in einer einzigen Strophe, bis es ging an Deichkind, Blumentopf und die Brote, Geld oder Sex, Torch, blauer Samt, mein Mann Frankie stand auf Form mit dem Rücken zur Wand, der neue Boss, Manuelsen, Snagger und Pillar, dann die Orsons, Casper, Materia, Killer, Banyo-Bums für jede Live-Show wie ein Nashorn, Deutschrap History, das, woher die Stars kommen, Deutschland was gedacht, Hip-Hop was gedacht, Hockeyball, ja klar, Komm, wir stürmen jetzt die Charts, macht euch locker, dieser Sound hat euch vom Hocker, sowas habt ihr nie gesehen, sowas machen Hip-Hopper, Deutschland was gedacht, Hip-Hop was gedacht, Hockeyball, ja klar, komm, wir stürmen jetzt die Charts, irit,zy, und jetzt die Charts, die Frau, ja klar, komm, wir stürmen jetzt gerade, Vielen Dank.